wie ich ja in meinem stream schon angekündigt hatte fliege ich morgen in urlaub das heißt eigentlich heute nacht schon geht es los ja und zwar werde ich nach mexiko fliegen das heißt ich werde heute nacht um 3 4 uhr ungefähr aufstehen um 5 uhr geht der zug los nach frankfurt an flughafen und dann 11 uhr geht der flug nach mexiko playa del carmen ich freue mich so unglaublich ich war bisher halt immer nur in der türkei urlaub und das so drei vier jahre hintereinander und halt immer im selben hotel es ist halt nicht wirklich so dieser urlaub wie man sich das so denkt sage ich jetzt mal dass man sagt ich bin in einem komplett fremden land ich sehe alles zum ersten mal ist halt so nicht da ich meine ich war schon mal in griechenland und in ägypten aber da war ich vier oder fünf jahre alt ich weiß das nicht mehr also ich habe kein plan mehr davon ja und umso mehr freue ich mich auf diesen urlaub und ihr glaubt nicht wie sehr ich mich freue ich bin schon so richtig hyper und ich bin froh wenn es endlich losgeht ja und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Leute, ich bin angekommen Wir laufen jetzt, oh Gott, es ist dunkel, es tut mir leid Wir laufen jetzt gerade aus unserem Zimmer Richtung Essen, weil wir haben Hunger des Todes und ihr seht mich wirklich geil Und ihr seht mich wirklich geil